Werden in Freiburg die Saison neue Breisgau-Brasilianer geformt? Mit unseren Experten, Insidern und der Redaktion verrate ich es euch, inklusive Kick-Bass-Picks. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute erzähle ich euch, ob der Schuster bei seinen Leisten bleibt. Let's da go! Ihr Lieben, für diese Team-Checks, da geht die komplette Liga-Insider-Liebe rein, also lasst auch ein bisschen Liebe da, Abo, Like, macht mega viel möglich für uns und damit gehen wir rein in den Rückblick. Teil 1, Rückblick. Und damit gehen wir rein und Streichs letzter Streich, der ging auf Platz 10. Und mit Julian Schuster kommt jetzt jemand nach zwölfeinhalb Jahren neuer Trainer und deswegen natürlich viel Spekulation, wie es im nächsten Jahr, in der nächsten Saison laufen wird. Aber ein bisschen Aussagekraft haben wir auf jeden Fall noch mit den Statistiken aus dem letzten Jahr. Und die bekommen heute von mir so kleine Überschriften und wir fangen mal an mit Stat 1. Kein Noah Lyles, nur 19 Sprints pro Partie. Also 19 Sprints pro Partie. Dann wäre wahrscheinlich Streich selber aufs Spielfeld gelaufen. Das war natürlich 19 Sprints pro Spieler pro Partie. So, einmal korrigiert. Jetzt kannst du weitermachen. Das war die 16er Liga und dadurch hatten sie wenig Intensität und auch wenig so Überraschungseffekt im Ballbesitzphasen. Dann haben wir Stat 2. Der lange Hafer, der nicht schmeckt. Und ja, offensives Mittel war auf der lange Ball. Das ist ein klares Element im Spielaufbau der Freiburger. Und dass man dann auch auf zweite Bälle geht. Aber man hatte die fünftmeisten langen Bälle, aber nur eine Erfolgsquote von 34 Prozent. Also viele der langen Bälle sind gar nicht angekommen. Und das ist Liga weit Platz 16. Das passt nicht gut zusammen. Wir haben Stat 3. Weniger Schüsse als Lucky Luke. Spielweise generell in der Offensive nicht auf Torschüsse ausgelegt. Da ist man zusammen mit Heidenheim, hat man dann die wenigsten abgefeuert. Und Effizienz ist hier auch ein wichtiger Grad. Und der betrug nur 25 Prozent. Super, super wenig Platz 13. Und klar, wenn du höhere Ambitionen hast, muss der Wert höher liegen. Also hier ist auf jeden Fall nochmal Spielraum nach oben. Und dann habe ich noch Stat 4. Zu viele Eintritte wie ein schlecht gebriefter Türsteher. Ja, in der Defensive, da steht man im Low Block. Also quasi wie so eine Schnecke, die sich in ihr Schneckenhaus so zurückzieht. Und da ist man letzter im PPDA-Wert. Man überlässt dem Gegner komplett den Spielaufbau. Man lässt da aber per se nicht so viel zu wie einige andere. Zum Beispiel Gladbach, die wir gestern hatten. Da hatten wir auch die 67 Gegentore. Aber ja, gerade bei progressiven Läufen der Angreifer, da sah man doch oft alt aus. Und 197 Eintritte in den 16er sprechen da schon eine eigene Sprache. Und wir gehen mal weiter. Und zwar mit der Zusammenfassung. Vieles lief nicht gut. Überschrift war der Teamzusammenhalt. Gute Pass- und Laufwege haben wir auf jeden Fall gesehen. Und dass man sich eng zurückzieht. Dass man wenig Räume für den Gegner zulässt. Aber jetzt kommt ein neues Kapitel mit einem neuen Trainer. Der kommt jetzt noch nicht. Aber es kommen frische Spieler. Und die zeige ich euch im Teil 2 Kaderanalyse. Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt nicht geschlafen. Da sehen wir erstmal Aaron Dingci. Er kommt zum SC. Fünf Millionen Ausstiegsklausel aus Bremen. War an Heidenheim verliehen. Hat da eine richtig gute Saison gespielt. Seinen Durchbruch auch geschafft. Zehn Tore. Sechs Vorlagen. Schnellster Spieler der Bundesliga. Vorne sehr variabel einsetzbar. Und eine gute Körpergröße. 1,88 bringt er mit aufs Parkett. Ähnlicher Preis gezahlt für Patrick Osterhage. Er kommt aus Bochum. Ein sehr guter Box-zu-Box-Spieler. Ist gerade im Konkurrenzkampf mit Chico Höfler. Und er ist 24. Also auch da steht ihm noch gutes Entwicklungspotenzial bevor. Auf Sicht sehen wir die beide auf jeden Fall schon mal. als Stammspieler. Ja, aktuell nicht in der Top-11. Aber dazu dann auch später mehr. Und dann haben sie noch geholt Maxi Philipp. Eine Million. Fest jetzt verpflichtet vom VfL Wolfsburg. Der hat immer mal seine Momente. Gerade hier Siegtor gegen Bremen. Und auch gegen Olympiakos. Aber so dieser nachhaltige Flow. Er ist halt immer verletzt. Die werfen ihn halt immer raus. Und deswegen ist er auch aktuell eher der Backup. Und drei Spieler gehen. Da haben wir vorneweg natürlich Kevin Schlotterbeck. 2,5 Millionen. Ihn lockt es nach Augsburg. Und dann haben wir Yannick Keitel. Der ist den Freiburger Weg gegangen. Auch hier ganz spannend. Seit 2015 bespielt er die Jugend des SCs. Und kam schon auch auf einige Einsätze. Gerade in der letzten Saison durch viele Ausfälle. Er marschiert nach Stuttgart. Und jetzt besonders interessant. Fettes Fragezeichen hier mal notiert. Denn er ist gerade ganz heiß im Schaufenster. Kilian Sildia. Und er spielt nämlich gerade Olympia mit der U23 von Frankreich. Und ist da auch sehr erfolgreich. Spielt da rechter Verteidiger. Rechte Schiene. Und hat auch den Kopfballassist geliefert. Gegen Ägypten. Im Halbfinal in der Verlängerung. Auf Jean-Philippe Mateta. Und ja. Der ist aktuell heiß und warm. Kam von Metz B. aus der zweiten Mannschaft. In die zweite Mannschaft von Freiburg. Damals ablösefrei. Und ja. Da ist der Marktwert aktuell. Ist schon ganz schön angestiegen. Auf 15 Millionen. Vertrag noch bis 2026. Und Neu-Coach Roberto De Cerbi. In Marseille von Olympique. Der will man unbedingt. Hat auch schon die erste Offerte abgegeben. 12 Millionen da. Hat Freiburg natürlich schön abgelehnt. Die sind da gerade in einer guten Position. Da noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Dann haben wir Roland Salai. Den lockt es auf die Insel. Hier ist man wirklich jetzt gut aufgestellt. Gerade mit Doan und Ding Chi. Auf rechts hat man eine hohe Qualität. Und auch eine gute Quantität. Dann haben wir noch. Und Merlin Röhl könnte dadurch auch noch mal mehr Freiheiten genießen. Ich komme jetzt zu was ganz Spannendem. Und das hatten wir schon im Intro gesagt. Ich habe ja gesagt, der Schuster bleibt ja bei seinen Leisten. Und Julian Schuster war Koordinator der Talentförderung 2018, 2019. Seitdem ist er da verantwortlich für die U19 zweite Mannschaft und hat auch den Blick auf die Profis. Und deswegen, er bleibt ja schon bei seinen Leisten, weil er jetzt im Talentschuppen ganz viele Talente natürlich hat, die er entwickeln kann. Und als Trainer entscheidet er natürlich auch, wer darf auf die Spielwiese und wer nicht. Und wir haben hier mal drei Jungs aus dem Freiburger Bächle, haben wir die mal rausgeholt. Das ist Berkay Yilmaz, Bruno Okbus und Johann Masambi. Also sehr spektakuläre Spieler hier. Ja, die verfügen über ganz viel heißes Talent und könnten auch schon zu Einsatzminuten kommen, auch in der Bundesliga. Haben jetzt in den Testspielen auch sehr gut performt und da auch schon überzeugt. Viele Minuten da auch schon gesehen. Und hier steht definitiv die Tür offen zur Bundesliga. Und gerade auch natürlich bei dem Talentförderer Julian Schuster sind sie an der richtigen Adresse. Die sollte man auch zum Einsatz kommen lassen, sonst sind die auch schnell mal weg. Jilmaz habe ich auch direkt mal notiert mit Assist auch gegen Straßburg. Also offensiv bringen die da auch einen guten Vibe mit. Und generell wird hier ganz viel ausprobiert von Schuster. Da sind auch noch weitere Namen im Rennen. David Schopper, Afue Tosia sind 18, Schopper ist 19. Wir haben Karl Steinmann 18, Jan Sturm 19 und auch Luca Marino ist auch 19. Also viele erfolgsversprechende Talente hier. Und zwei will ich auch noch mal hervorheben. Ihr merkt schon einfach so, wie breit ist dieser Talent Schuppen. Ja, Kenneth Schmidt, der hat auch schon letzte Saison einige Bundesliga Minuten gesehen. Und ich finde ihn super spannend. Max Rosenfelder, der hat immer mal zu kämpfen gehabt jetzt in der letzten Zeit mit Verletzungen. Ist aber ein riesen Talent und auch er könnte ganz groß rauskommen beim SC. Und selbst wenn wir jetzt mal Dingchi nennen und Röhl, die sind auch 22. Also ihr merkt schon, da ist ganz viel möglich. Und Fadi aus dem Game Changer Podcast, den muss ich jetzt hier noch mal reinholen. Fadi, komm mal rein hier. Er sagt, wer schafft den Durchbruch? Noah Weishaupt. Denn Grifo ist jetzt auch schon 32. Ist natürlich noch wichtig, sehen wir nachher auch bei den Standards. Aber Noah Weishaupt könnte wirklich den nächsten Step machen. Spielt auch eine sehr gute Vorbereitung. Und er ist der Mann für die linke Außenseite Noah Weishaupt. Den notieren wir uns mal ganz dick hier auf den Zettel. Also ich fasse nochmal so zusammen, keine wichtigen punktuellen Abgänge verzeichnet. Und richtig gut die Kaderbreite verstärkt. Gerade über Dingchi und Osterhage macht schon viel möglich. Und wir hatten es ja auch notiert, die Talente, da sind ein paar heiße Jungs dabei. Und die könnten den Durchbruch diese Saison schaffen, gerade unter dem Talentförderer. Und wer das ist, I show you. Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Julian Schuster, er setzt wie schon Streich auf Zusammenhalt. Deswegen gehen wir hier nicht von so einer großen Übergangsphase aus. Und er hat die Nähe zu den Spielern. Die nennen ihn auch schon Schusti. Aber er hat natürlich auch die absolute Klarheit. Und das ist auch so diese freundschaftliche Autorität, die Fabian Hürzela auch beim FC St. Pauli ausgelebt hat. Und die kann sehr, sehr gut funktionieren. Deswegen haben wir die schon mal notiert. Wir haben weiterhin den Fokus auch auf die Standards. Den möchte Julian Schuster auch weiterhin lenken. Das ist wieder ein heißes Mittel von dem SC Freiburg. Und er ist Fan vom hohen Pressing. Weiß aber auch, dass das kräftezehrend ist. Das könnte hier nochmal eine ganz große Veränderung sein. Er sagt nämlich selber, Dinge aufbrechen, aber nicht alles anders machen. Das ist auf jeden Fall so eine Marschroute von ihm. Und unser Experte Vince, den haben wir auch zugeschaltet. Und der hat uns das auch so ein bisschen, ja, confirmed. Analogie hier nämlich zum RB Leipzig. Also pressen, aber das Spiel mit dem Ball, wollen sie deutlich offensiver und schneller gestalten. Gerade Schuster will weg von diesem langsamen Spielaufbau, den es ja noch unter Streich gab. Und damit gehen wir mal zum Testspiel-Check. Und ja, er ist jetzt da. Junior Adamu. Letzte Saison komplett unter dem Radar geschwommen. Und jetzt knipst er in der Vorbereitung einige Dinger richtig geil weg. Ich und einige aus der Redaktion erwarten den auch schon von Anfang an in der Startelf. Er könnte ein richtig heißer Mann sein, gerade zum Saisonstart. Dann haben wir natürlich Weißhaupt, Noah Weißhaupt auf dem Zettel. Und auch Muslia. Die sind auch richtig gut gerade in der Vorbereitung. Deswegen haben wir die uns mal auch ganz fett notiert als potenzielle. Ja, vielleicht sogar auch dann Breakout-Kandidaten. Merlin Rüls da natürlich auch zu nennen. Auch die Talente, auch die sind Gewinner. Wir haben sie gehabt im Talentschuppen Okbus, Jilmaz und Manzambi. Auch sie kommen hier richtig gut zum Zuge. Und als Verlierer muss ich ihn natürlich nennen. Die langwierige Verletzung. Er ist schon wieder im Teamtraining, aber er ist natürlich noch lange nicht bei 100%. Das ist Matthias Ginter. Den haben wir natürlich auch abgebildet. Ja, er wird... Wir müssen sehen, ob er im DFB-Pokal zum Zuge kommt. Das wird aber alles sehr knapp. Und deswegen haben wir mal... Gulde wäre die etablierte Lösung. Aber natürlich auch, ganz spannend, Rosenfelder. Ja, er könnte auch kommen. Kenneth Schmidt ist natürlich auch in der Warteschlange. Wir sind hier schon fleißig am Spekulieren. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen direkt rüber in die... Teil 4, Top 11. Okay, let's go. Okay, let's go. Und damit gehen wir rein. Und gespielt wird unter Schuster in einem 4-4-2. Das kann einmal mit Hängnerspitze passieren. Dann haben wir das 4-2-3-1. Von dem gehen wir aktuell nämlich auch aus. Denkbar wäre aber auch das 4-2-2-2. Gemäß Einschätzung unseres Experten Vince. Den ich auch hier liebgrüß. Im Tor ist er natürlich gesetzt. Artu Bolu. Ja, hat jetzt leider aber eine Blinddarm-OP. Und wird jetzt erstmal auch ausfallen. Deswegen rückt Müller gut rein. Aktuell auch Platz 15 bei den Kickbase-Marktwertgewinnern. Checkt da auch gerne mal unsere Website ab. Dann haben wir die Abwehr. Da haben wir Ginter und Lienhardt. Beide sollten 100% gesetzt sein. Jetzt gerade zum Start ist Ginter natürlich noch nicht bei 100%. Hier könnten auch andere eine Chance erhalten. Dazu gleich mehr. Linker Verteidiger Günther ist die Nummer 1. Hat da auch nicht die Riesenkonkurrenz. Markengo kam immer mal rein. Jetzt letzte Saison auch gerade beim Ausfall. Wir sehen Günther aber 90% vorne. Yilmaz wäre auch noch eine spannende Option für hinten links. Ist auch da links Fuß. Ja, könnte sich da auch reinspielen. Wir hatten Ginter gerade erwähnt. Jetzt komme ich mal hier rein. Schmidt und Rosenfelder. Das wären potenzielle Backups. Die etablierte Lösung wäre Gulde. So wie wir es auch eben kurz angerissen hatten im Talentschuppen. Beziehungsweise auch bei den Gewinnern der Vorbereitung. Hingegen auf rechts. Ja, Sidiya wird wohl den Verein verlassen. Wir haben hier erstmal ein Fragezeichen gesetzt. Denn wir erwarten hier auf jeden Fall einen Neuzugang. Ja, die Backup-Lösung wäre hier der Kübler. Das wäre eine Möglichkeit. Der steigt auch gerade gut. Und Berkay Yilmaz wurde auf rechter Verteidigerposition auch schon ausprobiert. Gegen Straßburg auch da mit Assists. Also er ist aber links Fuß. Deswegen, er könnte es machen. Aber es ist eher die Variante 3. Und im Mittelfeld Eggestein ist gesetzt. 100% auf der Doppel 6 bzw. Doppel 8. Und daneben gibt es jetzt einen offenen Kampf. Da haben wir die Linkshüße Höfler und Osterhage. Höfler gehört ja schon zum Inventar. Spielt seit Kampf von Fullendorf damals. Damals ist auch den kompletten Freiburger Weg marschiert. Und Experte Wins haben wir hier nochmal um eine Einschätzung gebeten. Er sagt, Osterhages Profil ist ähnlich wie das von Eggestein. Höfler ist jetzt ein bisschen das Auslaufmodell. Man hat sich hier Osterhage nicht umsonst für 5 Millionen geholt. Und was ich hier noch notiert habe, ganz spannend, aus dem Kicker-Sonderheft. Die Schuster und Höfler, die kennen sich. Die haben auch schon zusammen gespielt. Und die sind auch ein bisschen befreundet miteinander. Denn die Kids spielen auch zusammen Fußball. Und da könnte es schon sein, dass Schuster sich den dann mal zur Seite nimmt. Und dann sagt, hey, jetzt ist vielleicht doch die Zeit für Patrick Osterhage. Das bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall haben wir hier die Komponente. Jens Petersen hat da auch einiges ausgeplaudert im Interview. Ja, ganz coole Infos da. Und ja, bleibt spannend zu sehen sein. Auf jeden Fall ein heißer Zweikampf. Aktuell sehen wir Höfler 60% vorne. Aber Osterhage scharrt schon mit dem Hufen. Doan auf der rechten Seite, rechts außen. Er ist gesetzt. Super letzte Saison gespielt. Gerade im Endspurt. Die Dinger da auch gut reingeknipst. Dann haben wir Dingchi als Backup. Schnellster Spieler. Wir haben seine Werte auch mitgebracht. Er bringt auf jeden Fall richtig Feuer mit. 90% auf jeden Fall Doan vorne. Dann haben wir links Grifo. Da sehen wir 60-70%. Wir haben Fadi im Ohr. Der sieht Weißhaupt als potenziellen Breakout-Spieler diese Saison. Der macht auch schon richtig Druck. Und hier könnte eine Wachablösung gerade während der Saison auf jeden Fall sich ereignen. Offensiv im Sturm. Wir haben aktuell mal Röhl. Das ist natürlich Svenos super Lieblingsspieler. Den haben wir mal gesetzt vorne als Stürmer. Kann auch die Hängerspitze machen, dass er dann auf 4-2-3-1 schiebt. Geht aber auch 4-4-2. Und dann Röhl auch als Stürmer. Wie gesagt, Hängerspitze ist möglich. Er kann aber auch in die Doppel-6 gehen oder Doppel-8. Dann wären hier auch neue Spots möglich für zwei Stürmer. Da haben wir natürlich Höhler. Haben wir gerade in der Top-11. Wir haben Gregoritsch. Die können natürlich beide stürmen. Ich habe aber natürlich auch den Gewinner gesagt. Der wäre natürlich auch ein potenzieller Stürmer. Gerade für den Start. Junior Adamo. Also hier auch Adamo-Höhler wäre auch eine Option. Adamo-Gregoritsch genauso möglich. Aber natürlich auch Adamo-Röhl. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Gerade zum Saisonstart. Hängt aber auch immer von dem Gegner. ab, wie hier gespielt werden möchte. Röhl ist da aber auch vielseitig einsetzbar. Und wir kommen zu den Standardschützen. Ja, hier eine One-Man-Show. Also Grifo. Er macht wirklich alles. Wird dann spannend zu sehen sein, wenn er vielleicht mal rausrotiert. Oder mal zur 60. Minute. Das haben wir letzte Saison auch schon gesehen. Ging er mal von der Platte runter. Und hier sind auch Weißhaupt und Musliya. Heiße Standardschützen. Teil 5. Auftaktprogramm. Wir sind im Auftaktprogramm. Und ja, hier bekommt der SC Freiburg direkt mal zwei Brocken zum Start gesetzt. Stuttgart zu Hause. Dann geht es nach München. Das sehe ich schon mal beide sehr, sehr schwer. Dann kommen drei gute Gegner, sage ich mal. Wenn du aus den ersten beiden Spielen wie ein Punkt rauskitzelst, glaube ich, bist du gut dabei. Und dann geht es gegen Bochum in Heidenheim und dann zu Hause gegen den Kiez-Club FC St. Pauli. Ja, wie gesagt, ersten beiden. Ich rechne mal mit einem Punkt. Und wenn du dann die anderen drei Spiele, wenn du da neun Punkte rausklatschst, dann bist du bei zehn Punkte. Dann gehst du auch mit ganz gutem, positiven Vibe auf jeden Fall. In die Prognose gehen wir nämlich jetzt auch und auch mit gutem Vibe. Teil 6. Fazit und Prognose. Geil. Wir sind im Fazit und in der Prognose. Und der Freiburger Weg, der wird weitergegangen mit ein bisschen mehr Power jetzt durch den neuen Koordinator, der auch immer diesen Blick auch immer in den Talentschuppen werft. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir interessante Verstärkung, gerade auch für die Kaderbreite. Ich finde hier Osterhage-Dingchi super interessant. Und wie gesagt, wir haben die jungen Hüpfer, die jungen Wilden haben wir schon genannt. Auch die kommen in die Breite rein. Und wir haben ruhiges Umfeld. Das gefällt mir auch super gut, gerade für die Entwicklung der Spieler. Und auch, dass Schuster hier mal Zeit bekommt und sich so ein bisschen einleben kann. Und da jetzt auch nicht direkt den Druck vorneweg spürt mit irgendwelchen wilden Zielsetzungen. Probleme haben wir aber auch. Gerade die Findungsphase. Ja, muss man gucken, wie der Übergang jetzt läuft. Natürlich von Streich. Ein großes Erbetritt da an, Schuster. Aber das könnte trotzdem aber auch ganz gut werden. Torwartposition, ja, jetzt auch mit dem Ausfall. Hier braucht man wirklich einen stabilisierten Halt. Und jetzt gerade auch, wenn Artu am Anfang fehlt, ja, da muss Müller jetzt in die Bresche springen. Hier wäre schon mal so ein sicherer Rückhalt wäre schon wichtig. Und ein Stürmer mit großer Torgefahr. Den hat man in der letzten Saison irgendwie nicht so richtig ausgemacht. Gregor hatte mal so eine Hochphase. Höhler ist immer mal da. Aber so einen richtigen Superknipser hat man hier noch nicht installiert. Vielleicht ist Adamo der Mann. Und damit kommen wir mal weiter zum Club-Rating. Die Top-11, ja, gebe ich mal drei Sterne. Aktuell fehlt mir rechts noch der Rechtsverteidiger. Und ja, Günther ist noch nicht topfit. Und der linke Verteidiger Günther ist auch nach seiner langwierigen Verletzung auch noch nicht in dieser Superform, die er da immer mal hatte. Dann haben wir den Trainer, den kennen wir ja noch nicht. Also wir wissen ja nicht, wie der trainiert und was da auch vielleicht dieser neue Impuls auch da mitbringt. Ich habe den mal hier mit drei Punkten, drei Sternen eingerankt. Dann kommen wir zum Kader. Ich finde den Kader mega, habe ich auch gerade schon anklingen lassen. Gebe ich vier Sterne, finde ich super breit. Viele Talente kommen rein. Und den Verein haben wir ja auch vier Sterne gemacht. Ruhiges Umfeld, gefällt mir gut. Perfekt für den Trainer, perfekt für die Spieleentwicklung. Aber die Fans brennen. Gerade bei der ersten Einheit haben wir gesehen, da wurde im Stadion trainiert. 5.000 schaulustige Freiburger und Fans haben sich das Spektakel auf jeden Fall gegeben. Das ist Vereinsrekord und auch die 70.000 Mitgliederzahl, die ist enorm am Steigen. Also hier herrscht gerade richtig großes Interesse am Klub. Und ja, Freiburg insgesamt, kommen sie dann bei mir raus. Ich mache es mal auf drei Sterne insgesamt. Denn auch gerade mit den jungen Wilden, da brauchst du auch immer noch diesen erfahrenen Etablierten. Den gibt es auch auf dem Spielfeld, gerade unter Grifo, Chico Höfler und Ginter. Aber das sind auch Spieler, die dann auch schnell rausrücken können. Da müssen wir sehen, wie die jungen Wilden sich da dann einspielen. Und ja, deswegen geht es für mich, ich sage, es wird ein Übergangsjahr. Wir ranken Freiburg nochmal auf die 10. Mein Gamechanger. Das ist klar, klar, das ist er. Gamechanger. Merlin Röhl, ja, er muss es sein, er muss es sein. Breakout-Potenzial hat letzte Saison schon mal so ein bisschen was gezeigt. Ich habe ihn auch in meiner Top-5-Überraschungsspieler drin, ist er auf Platz 4. Checkt da gerne das Video, da habe ich auch ein paar coole Stats zu ihm rausgehauen. Er ist ein Allrounder, er ist ein absoluter Allrounder. Ich bringe auch nochmal hier die Cleverness an, das habe ich gesehen. In Mainz, 13. Spieltag. Er ist ein richtiger Instinkt-Fußballer. Er macht da mit Schulter-Featuring-Rücken, macht da den Assist, blockt auch gleichzeitig noch zwei Mainzer noch irgendwie geil weg. Und Gregoritz schiebt dann ein. Also, der Typ hat es einfach komplett drauf, das spürt man. Und er hat auch schon, das habe ich gehört, Luft Richtung Nazio. Also, wer da mal Nagelsmann im Interview gehört hat, angesprochen auf Merlin Röhl, der weiß, dass da auch die Tür relativ weit aufsteht. Und U21 hat er auch schon gespielt. Da habe ich vermerkt, zwei Tore und ein Assist. Also, Merlin Röhl ist hier ein Stern, der sehr hell gerade aufleuchtet. Ja, also Julian Schuster, er ist für mich der richtige Mann am richtigen Platz. Ganz spannend finde ich die Talententwicklung. Also, Talentschuppen haben wir heute mal in ganz anderes Licht gerückt. Finde ich richtig spannend, wen er da rauszaubert. Und welcher Spieler sich da eventuell auch schon zum potenziellen Stammspieler diese Saison entwickeln kann. Ich habe auch ganz viele Stammspieler. In den anderen Checks hatten wir die drin. Checkt mal ab, wir hatten gestern die Kollegen, die Fohlen aus dem Pferdestall, aus dem Gladbacher Borussia Park. Checkt die mal ab. Und dann hier die Kollegen, ach nee, hier sind sie. Genau, die Kanten aus Augsburg. Auch da, yes, we can, yes, Torup ist da auch mit am Start. Und dann würde ich sagen, liebe Grüße, ich wünsche euch einen schicken Tag und sage Tschüss.